ja und er hätte es gedacht sie haben die Spiegel bei etwas was er wird hast es ist Operation Reich ich habe mich gewünscht es gibt es müssen aber ich wollte es so es ist jetzt auch mal spielen und wir tun jetzt einfach mal ich werde zu abkacken, alter egal jetzt alle berate Games, sagen sie alle wir machen das schon irgendwie wir nehmen das mal ein Sniper-Gewehr und machen mal ein bisschen so Snipern wir können das wohl nicht, aber wir machen das einfach mal, ne? das kann was werden das würde ich wäre, dass sie so failen das könnte aber auch wissen na gut das müsste sich das mal losgehen sehr schön so, wir nehmen mit anpassen nicht die SVD, wir die SV98 nehmen mit mit den Holo-Visier ne, ihr Anv, ne Ziel, ne, 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 ja ne, schon besser Laserpainter nehmen wir mit, genau passt, passt und start wir sind Verteidiger yay juhu, wir sind Verteidiger Dreck ich verteidige nicht gerne metro und 700 Sticket pfff ne, ist klar Schuss, ich bitte bis na na los schweil, wir sind ja vorsicht, hab nen feindlichen Sniper gesichtet over ah, von links kommt's halt von links kommt's halt von links von links von Hitz der der tot sein müssen der der tot sein müssen der der tot sein müssen M98 schafft es, um sich zu töten stimmt eigentlich, M98 ist ja auch ein 50 Kaliber gut, bleibt wir nehmen jetzt ein 50 Kaliber hmmm, hier ist er doch so, offene Visiereinrichtung nehmen wir nicht, wir nehmen Reflex wieder mit so, betreten, los geht's jetzt aber oh Gott, Revit, was tust du hier? Quickscope, oder was? Bist du zu einem, naja Granato! Ik надо ich liebe dich ich liebe dich auch meh Und eventuell, ja, wir schaffen es doch trotzdem. Ich nehme meine Trash-Stattes mit, nehme ich mal das C-Fan-Roma-8 mit, vielleicht ist das ein bisschen effektiver. Gehen wir wieder weg. Nichts. Nichts. Wo ist unser Sniper? Wo ist unser Sniper? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Was ist er denn? Ah. Oh. Nein. Hier, das NMV immer vernervt. Meine Presse. So. Ja, pff. Das Snipern ist langweilig. Äh, was? Wo? Wie? Wo? Wann? Ähm, New Yorks? Alter, du gehst mir mal auf den Sack. Denkst du mir einfach gerade. Ganz ehrlich. Das ist doch kacke. Meh. Ach nee, wir Snipern nicht. Wir haben ja keine Lust, Snipern. Wir verteidigen Flaggen. Das können wir am besten. Mit Maschinengewehren. Was ist denn da los? Ach, Leute. Defused. Scheiß Bomber. Oh, nee. Alter, was ist denn da los? Komma. Blub, 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 blub ganz fix fix ph facilitate das warum ich habe hier gestreckt discussed die angebracht holsberg Fall back Jörg, die jetzt hier nicht durchlassen Hm So Zwa Kke Tch Scheiße Oh Au Fuck Ich blute, ich brauche einen Sunny Bumm Mist Ich habe es kaum gesehen, ich wusste, dass es passiert, scheiße Okay Machen wir das am besten Wir müssen Warte mal, ich ne Idee Wir müssen auf jeden Fall vielleicht eine Claimor mitnehmen Aus dem Grund Als alle jetzt so viel furcht zu b-sprinten werden, scheiße Und vielleicht kann ich ein paar Wege abdecken Betonung liegt auf ein paar Wege Renn, Renn Und zwar genau Genau Die Die Sind sie hier drücken? Scheiße Fuck Das ist schlecht Achtung Feindliche Sprengladung wurde entscherft Over Sehr schön So, dann können wir vielleicht Und Dem Weg hier Auch blockieren Und hoffentlich nicht so Düsselklei Wah Was? Ich habe einen feindlichen Sniper in eurem Bereich gesichtet Over Scheiße Ich habe einen feindlichen Sniper in eurem Bereich gesichtet Over Fuck 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 Ich wollte nicht durchschießen Dreck Alter, das sind viele Ohohoho, bitte nicht rein Da, sie müssen stehen Ja Du kannst ja nicht durchschießen Yes Sind alle tot? Nicht wirklich, wahr? Nee, nicht wirklich Na, kommt noch welche? Kommt noch Besuch? Äh Nicht wirklich Wollen wir noch ein Schockes nachzuladen? Loll Das ist ja schon mit dem Campen hier Okay, 10 Sekunden noch Und geh ich weg hier Loll Feindlicher Scharfschütze Wow Loll Ey, no you, also du gehst mir glaube ich auf den Sack Weißt du das? Da hab ich das viermal geprebn-d-t, alter Zero Woah oh ho 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 Kleine Camper Wo bist du? Woah ja lege boss du bist so so So. Ja, und du? Was kommt, oder was? Du Arsch! Legst mir doch genau vor der Linse, du Idiot. Mann, 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 Kiosen, ey. Geh mal mit Profis arbeiten. Flap! Mäh! LOL, Team! Team! Yeah! Palapapapaa! Ich die Bess! Gut. I'm sitting here in the boring room, Just in the never and the afternoon. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Radadadadada. Derladadadadadadadadada. And I won most. I won the Ho! I won the Wii! es geht es geht sie eck es geht ich hab mich der der die 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 doch das ist der Titel auch bis zu treiben auch auch Nachschub. Nachschub. Ich krieg Nachschuspunkte. Yay. Wer möchte Nachschub haben? Ich hab Nachschub. Nachschub. Wer möchte Nachschub? Wow. Was ist hier los? Campen. Ich kann campen. Mäh, das ist ja ziemlich blöd hier gerade. Ich komme jetzt nicht zu... Ich hasse den Metro Rush. Das ist ja voll Leben. Also, jetzt ist nichts los. Die pullern ja alle hier. Das ist ja campen vor hier heute. Wow. Mäh. Darf ich? Ist hier irgendwas? Hallo? Wieso kommt keiner von links? Es ist alles leer hier. Oh, von rechts kommt Mäsche. Sorry. Oh, macht das die Funzel aus. Oh nein, das war ein Feind. Oh nein, das war ein Feind. Scheiße. Scheiße. Das war ein Feind. Oh nein, das hab ich nicht geschossen. Aber hey, ich hab ne Idee. Warte mal, die sind alle dort? Nee. Weil der Boom hat nen Plan. So, die Frage aber aufgeht. Squad nachschub. Yay. So, weil der Boom hat nen Plan. Der bestimmt dick in die Hose gehen wird, aber hat trotzdem einen Plan. Na? Ich glaubst du schon so leuchtend sehen da hinten. Eure hässliche Funzel. Ich seh' mich nicht, ich seh' mich nicht, ich seh' mich nicht, uah. Wir haben mich hier festgenagelt. Was ist das? Alle waren weg hier, das ist ne Galate. Nein. Das war die Chance. Das war die Chance, die hinten ranzukommen. Scheiße. Fuck. Let's go. Nein, B. B, 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 B. B, B, B. Diffuset. Diffuset. Loi. One shot. Echt jetzt. A, C, V, H, 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 H. H, 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 H. Nehmen wir mal, der, der, der Ding ist hier. Hälschen. Herr, genau, wir nehmen mal, der, wir nehmen mal, der Pumpe. Wir nehmen mal eine Pumpe mit. Tch, voll Pumpe, Alter. Wirkt gepumpt. Bisschen Pump-Action. Ich lasse doch jetzt kein Thema machen mit der Waffe. Guck mal hier, elf, zehn. Ich bin voll gut, Mann. Das ist voll pro. Hap und hap. Hap. Rabbit pumpt euch alle weg. Und rabbit pumpt. Und rabbit pumpt. Ich hab jetzt voll viel beigetragen. Oh man, das war lame. Das war ziemlich lame. Aber hey, it's all about the game. It's all about the game. See you soon. Gut, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Ciao und euer Revit Boom.